Aber was los Oma? Das ist normal, das ist die Generation. Alle hüpfen sich hier rum. Das ist ja ein Krach, aber keine Musik. Roy Black. Roy Black ist nicht Musik. Roy Black. Wer ist denn zu Roy Black abgegangen? Sind bei Roy Black so hundert, viele tausend Menschen rumgesprungen? Ich glaube nicht. Geht lieber mal arbeiten, dann tut doch was Vernünftiges. Arbeit mal rum, wir sind jung, wir haben noch das ganze Leben zum Arbeiten. Technos unsere Welt.